Herzlich Willkommen Leute zurück beim FIFA 16 Orakel. Wolfsburg gegen Dortmund mit Gramps. Moin moin. Willst du mit Gelb? Oder? Soll ich die? Du spielst ja mit Weiß bestimmt. Ja. Das ist doch Teammanagement, Leute. Obermeyang der Einzige hier im gesamten Kader, der irgendwie ein bisschen Form besitzt. Oh, ich glaube die haben... Hier, da sitzt es schon, jetzt läuft. Muss nichts machen, Leute. Komisch, dass Castro nicht spielt. Also von Beginn. Der war doch echt super, letztes Spiel. Boah, ist natürlich schwierig, wenn ich nicht spielen lassen soll, ne? Wie, wie, wie meinst du, wer steht uns der Wahl? Raxler kommt wahrscheinlich zurück auf die Bank, aber er kommt nicht in die Startelf. Ja, und der Lord ja auch nicht, glaube ich, ne? Der Lord? Wenn, na. Auf der Bank. Schade. Oh, warte mal, aber... Oh, jetzt muss ich... Was denn? Hab ich Dante eingesetzt? Ja, ich glaube, ja. Das ist natürlich Fail, weil er hat nämlich eine Rotsperre. Oh, das ist natürlich. Und da beschwert er sich wegen Cheapen jetzt. Letzte Woche saß uns. So, ich freue mich auf jeden Fall nur auf Aubameyang, Leute, weil der ist gerade so gut in Form, ey, und der hat jetzt auch in Form bekommen, das heißt, ich glaube, das könnte Spaß machen, heute mit dem zu spielen. Oh, guck mal, da steht er direkt das erste Mal im Abseits. Wall, 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 wall. Ja, ja, ebenso. Er rennt direkt wieder los, ey. Er kann überall, ey, guck mal, jetzt geht er in die Verteidigung rein und gleich ist er wieder ganz vorne. Siehst du, jetzt ist er, da ist er schon wieder. Ey, hör doch mal auf ihn zu schubsen. Wenn man bei so einer Geschwindigkeit fällt, Goro, das kann auch böse Folgen haben. Oh, Guder, Schuss. Interessante Partie. Oh, Luis Gustavus, auch echt ein Guder. Aber war gefährlicher, als ich dachte eigentlich. Na? Deine Flanken kommen eigentlich immer recht gut, muss ich sagen. Oh, sehr schöner Pass. Komm da an, komm an! Reus mit dem 1-0! Fällt er hin. Ah, hab ich wieder nicht durch... Ah, shit, ich hab wieder losgelassen, sorry. Machst du immer, hast du letztes Spiel auch schon gemacht. Ich weiß, weil ich mich immer so freue. Dreimal mit Vidal, um genau zu sagen. Hat er ihn richtig reingeschlinzt, der Reus. Ich wollte aber eigentlich, dass O-Bahn-Tor macht. Leute, Wolfsburg, was ist los? 100. Spiel von Dieter Hecking. Echt? Ja. Oh, hast du ja schon wieder die Fakten her. Hast du ja 100 Fakten-Video über Wolfsburg geguckt, oder was? 100 Fakten-Video über Wolfsburg. Wollen wir auch mal so ein Fakten-Video machen? 100 Fakten über das FIFA-Orak. Ach, Mensch, der O-Bahn-Tor. Da können wir mal raussuchen, wie er mit gesperrten Spielern gespielt hat. Ja, genau. Wenn wir uns ein Spieler bezeichnen. Höchstensieg hast du auf jeden Fall mit dem 7-3, glaube ich, ne? Oder, warte mal, ne, ist 5-0 ist doch dann der höchste Sieg, oder? Ne, 7 sind Tore sind ja mehr als 5. Ah, okay, ich dachte, weil die Differenz. Die Differenz kann es ja nicht sein, weil sonst würde der Sieg auch nicht irgendwie, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist doch mal in die Kommentare gleich, wenn ihr einen Daumen nach oben gelegt habt. Oh, guck mal hier, den muss man jetzt auch mal ausnutzen. Oh, da war der Arsch wieder dazwischen von Gorobai. Was? Niemals! Da glaube ich nicht dran. Da war keiner dran von mir. Ehrlich jetzt? Hast du das wirklich so gesehen? Den hast du wirklich so kaputt gemacht. Oh Gott. Nur noch mit Obermeyang schießen, Leute. Und mit Reus, wenn er so alleine läuft. Nein, komm, Birki. Oh, Birki macht das so spannend, ne? Wenn er auch rauslaufen kann. Alter, ey. Komm, Weigel lauft weiter. Weigel ist halt auch nicht so der geilste Spieler, aber Obermeyang da vorne. Jetzt kommt die Gegenbewegung hier. Oh, Kawanga. Kagawa. Wie sauer, ey. Jedes verfluchte Mal. Ist halt ein Inzai. Oh! War das Wiese? Wegen dem Move. Wegen dem Move, meine ich jetzt, Alter. War das? Ja, Reus hat halt einen geilen Schuss, ne? Wow! Benaglio. Ey, genau auf Benaglio. Was ist los mit Renz? Hab schon mal ein Tor gemacht. Kawanga, Alter. Das ist ein Insider, ey. Für wen denn? Für mich. Ey, und dann kannst du, weißt du, du gräst... Ich war da ja nicht dran. War ja eine schlechte Grätsche. Hätt's ja nicht springen müssen. Oben läuft er nicht. Ach, Mann. Also, doch. Er ist schon gelaufen, aber ich hab halt einfach schlicht geschossen. Oh, oh. Huse. Komm schon. Oh, Arnold. Hey, Arnold! Arnold. Oh, Mann, Arnold. Hat er nur noch A gesagt. Wer A sagt, Guru, weißt du noch. Aua. Muss auch Ober-Beyang sagen. Wer A sagt, muss immer auch Beyang sagen. Oben läuft er. Komm, lauf, 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 jung. Lauf! Da kommt doch, bitte. Oh, Mann, wieso bist du... Wieso hat er nur Schnelligkeit 97? Mit 99, wenn mir das nicht passiert. Ey, das gibt es nicht. Da hat er seinen eigenen Spieler ungewinn noch. Ja, gut gemacht. Richtig schöner Fehlpass. Aber Reus ist auch in der Defensive mit dabei, Leute. Nicht nur das Tor. Was macht er denn da? Es ist einfach nicht wahr. Nicht nur das Tor macht er, sondern auch hier die Abwehrarbeit. Wo sich andere Leute wieder zu Feinden füllen sind. Und jetzt guckt mal, wer wieder hier ganz vorne. Da vorne läuft er. Ja, aber so schnell ist doch... Oh, War-Beyang! Okay, ich zieh's durch. Nee, shit, falscher Jubel. Der hätte ich nicht gedacht, dass der reingeht. Leute, habt ihr gesehen? Flanke, Tor. Von Gramps. Ja, ich spiele im Winkel. Das rumgestucke? Ja, wieso? War doch ein guter Kopfball. Ja, okay. Ich dachte, er wäre wieder rumgestucke. War halt nicht so ein Kopfball-Torpedo, wie du dann immer machst, aber... Gündogan, komm auf ober. Nee, er hat abgefällt, Steiner. Da warst du noch dran. Ach so, okay. Da war ich auf einmal wieder dran, aber du wolltest vorhin da wieder nicht dran gewesen sein. Gündogan, komm auf ober. Ober, komm! Kagawa, Leute, dribbelt sich da durch zum 3 zu 0. Kawanga. Ich hab's durchgezogen und jetzt setze ich hier. Was willst du machen? Sitzblockade. Was willst du? Schön durchgedribbelt hat er sich da war. Ja, alle vorbei, alle vorbei. Dann bin Naidu. Wieder ins rechte Eck. Rechts ist heute meine Seite. Oh, da spielt er zum Torwart. Jetzt schon? Ey, wenn ich den Ball jetzt krieg, schieße ich einfach, ne? Birki, nimm den Ball und schie... Ach, Mann. Hm, wieder Pass. Komm, da war doch nix. Da war doch nix für mich. Ja, okay. Hätte ich jetzt zwar nicht so gesehen, aber... Ich will mich ja nicht beschweren. Schenken Gaul schaut mal nicht ins Maul. Och, komm, du Milz. Da sind die Fans auch jetzt nicht so... Die... Gerade, hörst du das? Hm. Naja. Sind halt die Fans von Wolfsburg, ne? Die Mitarbeiter, die wieder ne Karte geschenkt bekommen haben. Boah, ich bin... Negativ überrascht. Grants informen wieder, Leute. Das Trauma der letzten Woche habe ich abgelegt. Beziehungsweise ich arbeite da dran, dass ich es ablege. Komm, Marco Reus, bitte. Das wär schon wieder so ein... Grants lackt sich durch. Ja. Das war nicht Kagawa, das war Reus, oder nicht? War doch nicht der Shinji. Du weißt ja nicht mehr, welche Spieler du bist. Na, Hummels, ey. Hummels ist ja gerade auf so einem absteigenden Ast-Verteidigung, ne? Ja. Ähm, stand auch irgendwie letztens mega in der Kritik, ne? Ja. Weiß nicht wieso, weil ich finde immer noch mit Boatengar der... ...deutsche Verteidiger schlecht. Ach, komm, komm, komm. Opa, Miyam, du stehst im Absatz. Das sehe ich sogar von hier. Max. Max Kuse. Oh, shit. Auf Dost. Oben, passt auf, Leute. Oh, da will er es allein machen. Da will er es nicht allein machen. Kruse, yes. Schönes Tor. Boah. Max Kuse, ey. Hat er auch mal. Oben ins Eck, ey. Er hat genau gepasst, genau, lang genug B gedrückt. Keine Sekunde zu lang. Ah, ne, doch ein bisschen höher. Bisschen höher gegangen. Boah, nur noch ein schönes... Yo, ich wollte gerade sagen. Boah, der... ...Goro. Und da gibt es schon wieder nichts für, oder was? Ich kann aber wirklich nicht mein Ernst sein, ey. Gündogan. Ja, warum liegt er denn da immer noch? Aufstehen, Jungen. Wir müssen hier ein Spiel... ...spielen. Wanna play a little game. ...Gitarian, komm. Unten. Lauf, Gündogan, und die Flanke. Und... ...nein, der hat sich verletzt, der hat sich verletzt. Wer war das? Reus? Wer stand er denn da? Warte mal. Muss ich aber nochmal gucken. Shit, ich konnte ihn noch nicht mehr weiterlaufen lassen, dann. Und? Nö, steht hier nichts. Vielleicht nur ein Krampf, oder so? Keine Ahnung. Oh, aber Goro nützt die Chance. Bentner! Oh, das ist wie Kampffansage. So, diesmal. Komm, wieso geht denn das wieder... Ey, ihr seid doch nicht... Es ist doch... Kann doch nicht wahr sein, dass das so ein Gestokel ist da. Im Strafraum immer vor allem. Trash. Komm, Trash. Marco Reus. Wer ist Marco Reus? Der hier. Oh, viel zu doll, du Bob. Klapssporden. Du Klapssporden, boah. Benalio. Benalio. Sehr gut, danke Benalio. Bin dein größter Fan. Ja, der Ilkay wurde aber auch hart herangenommen gerade von dir. Finde ich nicht in Ordnung, sowas. Ecke. Es ist voll in die... Yeah. Weißt du, das sagt man nicht auf YouTube... Ja, wobei, wir sind auf YouTube... Und auf uns aber schon. Oh! Benalio, den macht er weit. Das ist weit bei dir. Vorne war einer drin. Komm, komm, komm. OBA! Benalio, Alter. Du, das safe. Hast du ihn rausgeholt diesmal oder war wieder FIFA? Ja, ja, nee, hab ich es ja wirklich noch. Hätte ich noch ein bisschen dribbeln müssen, aber das ist immer... Das ist so riskant, wenn man dribbelt, finde ich. Ah, diesmal rein. Niklas. Der Lord, ey, ganz allein da vorne, das kann doch nicht angehen, das kann doch nicht angehen jetzt, oder? Oh! Hallo! Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht geahndet wird. Ja, Schüle, sag mir nix hier, weil du Spaß gesagt hast. Kann mir mal Geld geben. Eine Verwarnung ist okay, das reicht. Beria! Au! Sagt er. So. Boah! Ehrlich, warum... Ich krieg immer für jeden Klang... Guck mal, da, da wieder! Und was war eben? Hast du den Schiedsrichter? Der Lord hat den richtig schön vom Ball getrunken. Oder den Schiedsrichter? Ober! Ist der, der damals auf die Roten gegeben hat, oder? Das ist bestimmt der, ey. Der hat mich doch auf den Kicker. Laufen! Den kriegt er noch, oder? Yo! Aber dann wird er schon wieder. Komm! Viterian! Ober! Ah! Den hat er in der Dachte gehabt. Die Dante. Komm schon. Dante, Mann! Was ist da los? Lass doch mal den Ober zustichen. Komm! Schmelzer! Na! Schmelzer! Schmelzer! Auch schon sind die VPU-Steine. Schmelzer! Komm! Ja! Für Guru vielleicht auch am besten noch. Aber warte mal, da könnten wir wieder so ein Ding auf Ober machen. Warte mal. So ein Ding wie mit Hamburg letztens. Schmelzer! Na, schade. Niklas! Kündogan! Och, Mensch! Junge! Lass dir den Ball doch nicht klauen. Mantelor! Hummels! Go! Trash, 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 Mann, Trash! Oh, Mann! Schweingart! Oberlauf! Jetzt ist es natürlich in der Mitte. Ich kriege wieder so ne, so ne Puste in der Mitte, in der so ein bisschen Spiegel. Oh! Ja! Ja, was ist denn das? Wie oft wollte das denn noch machen? Bis es irgendwann mal klappt. Oberlauf doch! Wieso rennt er denn nicht rein? Erzähl mir nicht, dass Obermejan kaputt ist. Wovon denn? Von dem bisschen rumrennen. Ist doch nichts für ihn. Ey! Schwelle. Da will er jetzt noch mal wechseln, der Corona. Das lässt er ja nicht auf sich sitzen. Ich hab's leider verkackt. Ich hab einfach wieder Start gedrückt. Ach so, okay. Wollt aber wechseln. Danke. Ist fair play. Wenn Goro jetzt noch gewinnt, ey. Dann ist es meine Schuld. Wie denn? Das will ich sehen. Durch den wechsel jetzt so. Ich dachte gerade, du wechselst jetzt den Lord wieder aus. Rein, raus. Das reicht für den Lord. Ach, komm schon. Ja. Kastro hat den Schaul. Da drin. Schon hat er wieder draußen. Naldo. Böcki. Böcki. Komm, steh auf, Junge. Und wirf da vorne hin. Da vorne ist doch jemand ganz allein gewesen. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. So nicht. Nein. Oberlauf. Das ist doch nicht wahr. Ja. No. What? Da hatte ich doch noch die Chance. Ja, komm. Dann wäre auch nur das 3-2 gewesen dann. Ja, und dann sieht es besser aus als das 3-2. Mann, 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 ey. 3-1. Ja, aber das ist, glaube ich, schon eher realistisch als das Bayern-Spiel. Oder? Denk schon. Ja, ja, ja. Aber, ja. Schwer zu sagen. Aber ja. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Schreibt es in die Kommentare, Leute, was ihr denkt. Wie das Spiel ja ausgehen wird. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein. Ciao.